Was geht YouTube und herzlich willkommen zu WM Talk 2 hier auf dem Kanal ScorpionDarts. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich hier mich nicht nach einem Uploadplan richten werde, sondern einfach hochlade, wann ich Bock habe und wann etwas passiert, worüber ich reden möchte. Und gestern war so ein Tag. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, worum es heute geht, kurz erstmal die erfreuliche Nachricht. Nico Kurz konnte sich gestern gegen Andy Hamilton durchsetzen, hat für mich sehr souverän gespielt, sehr souverän gewirkt, habe danach auch nochmal kurz mit ihm telefoniert und haben gut gelacht am Telefon über so ein paar Sachen, die ich hier jetzt nicht sagen sollte. Aber ich kann euch auf jeden Fall so viel versprechen. Der Junge ist heiß, der macht weiter und ja, keep on Nico, richtig, richtig geiles Ding gewesen. Ja, ansonsten wurde Martin Klärmarker heute positiv auf Corona getestet und auch sein Ersatz. Josh Payne wurde mit einer Kontaktperson identifiziert und somit können beide nicht spielen und deswegen ist Carol Listen der Qualifier, bei dem wahrscheinlich die meisten gedacht haben, dass der am safesten rausgeht in der ersten Runde, ist jetzt in Runde 2, weil Klärmarker nicht antreten kann und wie gesagt, sein Auswechselspieler auch nicht. Ist für Klärmarker natürlich super ärgerlich, positiv getestet zu sein. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute und er hat geschrieben, er hat keine Symptome. Wärt schnell wieder gesund, Martin, ist ein geiler Spieler. Ja, deswegen ist Carol Listen jetzt in Runde 2 gegen Danny Noppert. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, worum ich hier eigentlich die Kamera angemacht habe. Darauf bin ich aufmerksam geworden durch Jens Kniest, mit dem bin ich bei Facebook gefreut und er hat einen Post von Sport1 kommentiert. Ich gucke, by the way, die WM dieses Jahr auch auf Sport1. Und es ging in diesem Kommentar basically um das Bild von Max Hopp nach seinem Ausscheiden. Und dann wurden da ein paar Zitate reingeschrieben. Und ich wusste schon, als ich den Kommentar von Jens gesehen habe, wo der schon so angefangen hat mit, ja, was die Leute hier schon wieder alles schreiben, geht gar nicht. Da wusste ich schon wieder, wenn ich jetzt auf mehr Kommentare anzeigen gehe, dann werde ich die ganzen Vollidioten sehen, die jetzt hier Max Hopp haten. Kurz eine Info, ich bin mit Max über zwei Ecken befreundet, okay? Das heißt, ich habe mit Max das letzte Mal vor einem halben Jahr oder vor acht Monaten Kontakt gehabt. Ich habe quasi keinen Kontakt zu Max. Es würde mir hier nicht darum gehen, ihn aus irgendeinem Grund hier irgendwie hochzuloben. Es hätte jeden anderen Spieler erwischen können, ich hätte dieses Video gedreht. Weil was ich da auf Social Media für Kommentare gelesen habe, das ist sowas von abartig. Ich selber, ich kenne es sehr gut. Ich bin aber auch ein Profi. Also wenn ich mal einen Shitstorm bekommen würde, dann kann ich damit relativ gut umgehen, weil es mein Job ist und ich kenne das. So, hätte es jetzt aber irgendeinen x-beliebigen Spieler, hätte Nico Kurz 66er Schnitt gespielt und das Gleiche wäre ihm passiert, hätte ich das selbe Video hier gedreht. Genauso bei Clemens, aber auch genauso gut bei, keine Ahnung, Steffen Siebmann oder was weiß ich, irgendeinem anderen Spieler, dem das hätte passieren können. Es kann by the way jedem passieren. Natürlich waren auch positive Kommentare darunter, die Max mit Schutz genommen haben. Ich würde auch sagen, das Verhältnis war so 50-50. Aber auch 50-50 ist schon ziemlich ekelhaft, wenn 50% so abartige Hate-Kommentare sind. Ich habe mir davon ein paar gescreenshortet, die werden natürlich hier anonym vorgelesen gleich. Ich will vielleicht erstmal so ein bisschen einordnen, was überhaupt passiert ist. Also Max Hopp hat das Spiel verloren. Die Kommentare gehen bei Max jedes Jahr in dieselbe Richtung, die er nach dem Spiel gibt. Aber es ist ja auch jedes Jahr eigentlich dieselbe Situation. Er ist ja auch enttäuscht, wenn er rauskommt. Was soll er sagen? Soll er in Interviews sagen, boah, ich bin richtig glücklich, dass ich raus bin? Natürlich nicht. Und ich finde das sogar nice, dass er das ehrlich zugibt, dass er enttäuscht ist. Jedes Jahr sammeln sich dann leider auch auf Social Media dieselben Experten, die dann in eine ganz bestimmte Richtung kommentieren. Und dieses Mal war ich so auf 180 im übertragenen Sinne quasi, dass ich ein Video darüber machen wollte. Viele Leute, die beschäftigen sich ja nur zur WM-Zeit mit DART. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Ich glaube, dass diese Leute oft die Leute sind, die die Hate-Kommentare schreiben. Weil diese Leute sehen die deutschen Spieler einmal im Jahr und die verlieren dann halt immer in Runde 1 bis Runde 2. Das ist die letzten Jahre so gewesen. Das ist halt leider sehr, sehr schade. Aber genau das passiert die letzten Jahre. Und wenn du halt nur die WM schaust, so wie ich damals auch, dann bekommst du halt den Eindruck, die deutschen Spieler seien schlecht. Und um vielleicht mal einzuordnen, was du alles schaffen musst, um dich für die WM überhaupt zu qualifizieren. Denn das ist nicht wenig. Es gibt die Möglichkeit über die Top 32 der Setzliste, da sind die 32 besten Dartspieler des Planeten von fast 8 Milliarden Menschen. Die besten 32 Menschen da drin sind in dieser Liste. Das heißt, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, in diese Top 32 reinzukommen. Von 8 Milliarden Menschen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich über die Top 32 der Pro Tour zu qualifizieren. Und ich weiß, viele von euch gucken wahrscheinlich die Pro Tour nicht. Aber Max hat sich darüber qualifiziert. Wenn ihr euch mal so ein Pro Tour Event anschaut, da werden eigentlich nur über 90er Averages gespielt. Da sind geisteskrank gute Spiele. Und ich glaube, dass die Leute dazu gar keinen Kontakt haben. Die denken, ach, wenn man sich dazu entscheidet, Dartspieler zu sein, dann ist man auf jeden Fall schon mal in diesem elitären Kreis und mit ein bisschen Glück schafft man es dann zur WM. Das ist aber nicht so. Es ist sogar ganz und gar nicht so. Es ist ultraschwer, sich für eine WM zu qualifizieren. Ultraschwer. Alleine sich eine Tourcard zu besorgen, das ist, ey Leute, sich eine Tourcard zu besorgen, ist geisteskrank heftig. Du musst entweder dich über verschiedenste Turniere dort reinspielen, wie die Development Tour oder die Challenge Tour, wo auch ab Viertelfinale überall nur 90er Schnitt gespielt wird. Oder du holst dir die bei der Q-School. Q-School ist ein bisschen wie Lotterieleute, weil du hast nur im Normalfall, die haben das System jetzt umgestellt, aber du hast normalerweise nur vier Tage Zeit, deine Leistung so zu konservieren und so reinzuhauen. Und da sind auch gute Leute dabei, um dich da durchzusetzen. Dann sind davor noch zehn Jahre hartes Training jeden Tag. Und wenn du diesen ganzen Weg gehst und wirklich an den richtigen Tagen die richtige Leistung abgerufen hast, dann schaffst du es vielleicht eines Tages auf die Bühne im Alley Pally. Ich weiß, dass es schwierig ist für jemanden, der diesen Weg nicht geht, beziehungsweise für jemanden, der diese Übersicht nicht hat, aber es ist nicht einfach, sich für eine WM zu qualifizieren und vielleicht mal da anzufangen. Ich dachte früher auch, es wäre einfach, weil ich den Bezug gar nicht hatte. Ich habe gar nicht verstanden, welche ganzen Faktoren da zusammenspielen. Hier ist ein Kommentar. Ich finde auch, dass Max gar keine Entwicklung gezeigt hat. Besser er übt noch Bissi, bevor er sich im TV so blamiert. Okay. Lass uns vielleicht erst mal zu dem Spiel überhaupt kommen, um das es hier geht. Max Hopp verliert mit einem 95er Average. Im Übrigen, wer nicht weiß, was ein 95er Average ist, das ist pro Leg zwischen 15 und 16 Darts zu spielen. Ihr könnt euch ja mal zu Hause an die Scheibe stellen und mal gucken, wie lange ihr das durchhaltet, pro Leg 15 und 16 Darts zu spielen. Es geht hier um 15 oder 16 Darts. Ich rechne euch mal ein 15-Darter vor. 100, 100, 100, 100 und dann musst du noch 101 Punkte checken. Das ist ein 15-Darter. Oder 140, 140, 160 und dann musst du aber auch diese 61 Punkte, die übrig bleiben, mit drei Darts checken, weil sonst ist es auch schon wieder kein 15-Darter. Um das mal einzuordnen, weil Averages meiner Meinung nach eigentlich finde ich ein bisschen versteuern, weil es geht eigentlich um die Anzahl der Darts. Und natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob du 15 oder 16 Darts spielst, aber es ist überhaupt kein Unterschied, ob du 13 oder 15 Darts spielst, weil dazwischen wird der Gegner nicht mehr rankommen zwischen dem 13 und 15 Darts. Er wird dich nicht zur Seite schieben und nochmal ganz schnell versuchen, seinen Checkout zu machen. So, das heißt, Mervyn King spielt ein 109er Average im ersten Set. Unbesiegbar ein 109er Average, Leute. Ein 109er Average können vielleicht zwei, drei Spieler auf der Welt schlagen in einem Set. Max Hopp gehört nicht zu diesen Spielern. Wow, Überraschung. Er gehört nicht zu Ride Price von Gerwen. Gut, dann verliert Max den zweiten Satz. Spielt nicht wirklich gut, natürlich. Am Ende des Tages gewinnt Mervyn King mit einer bärenstarken Leistung, mit einem 100er Average, also mit 15 Darts pro Leg. Und das Ganze, ich glaube, es wurden 17 Legs gespielt. King hat in Legs 11 zu 6, glaube ich, gewonnen. Gegen einen 95er Average. Und ich finde, in dem Fall Darts zieht dieses macht's doch mal besser Argument. Denn Darts ist für mich ein Sport, und das sehe ich auch in den Kommentaren, wo die großen Spieler runtergemacht werden. Und es wird dann so argumentiert, da spiele ich sogar besser. Und ich finde, deswegen kann man das in dem Fall zu Rate ziehen, dieses Argument. Man neigt dazu, sich mit den Spielern, die dort gespielt haben, zu vergleichen und dann so eine Ich-hätte-s-besser-gemacht-Mentalität. Okay, also, wenn du es schaffst, 95er Average über 17 Legs zu spielen, dann, ähm, warum warst du nicht dabei? Da hat sich ja Max ja richtig blamiert, oder? Mit einem 95er Average hat er sich ja richtig blamiert. Spiel mal bitte über 17 Legs und 95er Average. Und wenn du das nicht kannst, dann würde ich vielleicht nochmal überdenken, auf welche Art und Weise ich kommentiere. Natürlich kann man enttäuscht sein. Um Gottes Willen, ich war auch enttäuscht. Aber wisst ihr, es gibt so unreflektierte Menschen, die kommen mit ihrer eigenen Enttäuschung nicht klar und projizieren auf andere. Sie kommen nicht damit klar, selbst Gefühle zu haben und projizieren dann. Und dann können sie es irgendwie kanalisieren, und das verstehe ich nicht, wie das möglich ist. Die können ihren Druck dann wirklich verlieren, indem sie Max beleidigen und sagen, er ist nicht blamiert. Für mich als Dartspieler, der noch nichts gerissen hat, wäre es allein schon die größte Ehre, bei einer WM mitzuspielen. Wisst ihr, wie alt Max Hopp ist? Er ist 24. Er sieht älter aus, ich weiß. Er ist 24, er ist drei Jahre jünger als ich. Ein 24-jähriger Mensch trägt die Last einer ganzen Nation und spielt seine achte WM mit 24. Dieses Alter ist so unglaublich jung und dass hier teilweise Leute im, wirklich, ihr wisst ja, das Dartpublikum ist etwas älter, dass hier Leute, keine Ahnung, mit 50, 60 Jahren noch keine Sozialkompetenz haben, wie man mit jungen Leuten umgeht, das finde ich verrückt. Ich habe kein Interview von Max gehört in den letzten Jahren, wo er meinte, er ist der beste Spieler, er will es allen zeigen, was ihm hier gerne mal unterstellt wird. Habe ich noch nichts von gehört. Ich höre von Max eher wenig sogar. Und dazu kommen gleich auf jeden Fall auch noch Kommentare. Aber was ich hier zu diesem ersten Kommentar sagen will, ist, diese Leistung als Blamage zu bezeichnen, ist der größte Quatsch. Und ich hoffe, du schämst dich dafür, wenn du dieses Video hier siehst. Es wird so getan, als wäre es einfach, sich für die WM zu qualifizieren. Das ist aber nicht einfach, Mann. Das ist verdammt schwer, Digga. Das ist übelst schwer. Und dieses Privileg wird 96 Spielern pro Jahr zuteil. 96 von wie viel? 100.000 Leute spielen wohl Darts? Ich weiß es gar nicht. Wenn es dann ums Thema Druck geht, heißt es auf einmal, das ist ein Profi, der muss das abkönnen. Das ist ein 24-jähriger Mensch, der in einem Sport Fuß fassen möchte, der sowohl physisch als auch mental im Trainingsbereich so gut wie gar nicht erforscht wird. Es ist ein Sport, bei dem bei der WM, und das habe ich auch schon im Checkout Dart Podcast erzählt, es ist einfach ein Sport, in dem es einerseits um zwei Millionen Pfund bei einer WM geht, andererseits so gut wie gar nicht mit Trainern gearbeitet wird. Es wird nicht mit Trainern gearbeitet. Stellt euch mal einen anderen Sport vor, wo ansatzweise so viel Kohle im Pott ist und es wird nicht mit Trainern gearbeitet. Und das ist eben Darts. Die Darts sind ein bisschen verrückt, muss man auch ehrlich sagen. Und deswegen wollen sie immer so mega selbstständig und so rüberkommen. Ist aber Quatsch. Aber diese Methoden, die sind halt nicht was für jeden. Wer sich für sowas interessiert, kann mal in die Videobeschreibung schauen. Dort habe ich mal Ollis Dart Blog verlinkt. Der geht mal ein bisschen tiefer in die Materie, auch ein bisschen mehr in den Trainingsbereich. Und wer sich dort so ein bisschen weiterbilden möchte, ist aber nichts für jeden, wie gesagt. Das ist nicht dieses, du musst die Schulter und den Arm in eine Linie ausrichten. Das geht ein bisschen tiefer als das. Und jeder, der sich mit Darts ein bisschen auskennt, der weiß auch, dass man die Basics relativ schnell drin hat und dann geht es um andere Sachen. Um nochmal zurückzukommen. Wie soll sich denn jemand wie ein Profi verhalten, der niemals wie ein Profi ausgebildet wurde? Der mit 16 Jahren das erste Mal zum Alley Pally gefahren ist, weil er zu Hause gute Darts gespielt hat. Wie soll sich so jemand professionell verhalten beziehungsweise keinen Druck spüren, der einfach nicht trainiert wird in dieser Hinsicht? Und deswegen kann ich hier vielleicht auch an Max mal aussprechen. Ich kann dich dafür nicht verurteilen, aber such dir bitte Leute, die dir helfen. Es ist ja keine Schande, Digga. Ich habe ja jetzt schon Leute, die mir helfen. Und ich spiele ein 70er Average auf einer Keudung. Also um das vielleicht mal irgendwie so zusammenzufassen. Erste Runde mit Glück überstanden. Dachte ihr, der kommt in Runde 3, der ist völlig überwertet. Erstmal würde ich dir empfehlen, es ist keine Schande, Satzzeichen zu benutzen. Also damit du das weißt, es ist keine Schande. Don't be ashamed auf Satzzeichen. Erste Runde mit Glück überstanden. Okay. 95er Average wieder, war Glück natürlich. Die Darts sind durch Zufall in die richtigen Felder geflogen. Und es ist ja auch übelst einfach unter so einem relativ hohen Druck wie dem Alley Pally ist es ja super einfach mal ein Doppel zu treffen. Vor allem wenn der Gegner hinter dir, wie der Australias nun mal gemacht hat, ohne Pause zu labern. Also wer schon mal in der Kneipe so eine Spielsituation hatte, der kann ja mal sagen, ob das glimpflich ausgegangen ist. Ich habe auch schon Schlägereien wegen sowas gesehen. Aber er ist ja Profi, er muss ja damit umgehen können. Also mit Glück gewinnst du kein Dartspiel. Und der Gegner, Gordon Mathas in Runde 1, der war sicherlich auch nicht aus Glück bei der WM dabei, um das vielleicht mal zusammenzufassen. Und jetzt kommt, der ist völlig überbewertet. Und ich finde Max ist überhaupt nicht überbewertet. Ich finde Max wird krass unterbewertet, weil nämlich immer seine WM-Leistung zu Rate gezogen wird. Das ist aber keine Über- sondern eine Unterbewertung. Wo ist Max denn überbewertet? Sorry, wenn ich mir die Kommentare anschaue in Social Media, da kommt es mir vor, als ob Max der unterbewertete Spiel der Welt 2. Ich habe schon mal gesehen, wie der Junge spielt. Also mit eigenen Augen. An diesem Board hier habe ich es gesehen. Genau an diesem Board habe ich es gesehen. Und ich habe es auch schon in zig Practice Rooms across Germany gesehen, wie gut der Typ spielen kann. Und deswegen, das Wort überbewertet finde ich falsch. Und wir müssen uns mal überlegen, wir sind einfach in einer extrem missgünstigen Nation. Vor allem beim Thema Sport. Jogi Löw wird Weltmeister. Jetzt hassen ihn auf einmal viele. Jetzt wird er krass kritisiert. Und es gibt natürlich da draußen 80 Millionen Bundestrainer. Die wüssten, man stellt doch mal hier den Sané auf. Dann spielen die doch auch schon besser. Junge, hast du überhaupt eine Ahnung, wie die Welt funktioniert? Denkst du nicht, dass Jogi Löw sich diese Fragen auch gestellt hat? Denkst du nicht, dass er die tausend verschiedene Varianten im Kopf durchgegangen ist? Ich würde nicht sagen, dass es nicht mal richtig ist, einen Trainer zu wechseln. Aber schöne Grüße nach Schalke. Aber man sieht, dass es nicht unbedingt funktionieren muss. So, und wir sind einfach eine kritische Nation. Und die Leute, es ist A, der fehlende Sachverstand beim Darts. Und das Ganze gemischt mit dieser Empathielosigkeit und dieser Unselbstreflektiertheit in diesem, oh, ich bin jetzt mega enttäuscht, dass Max draußen ist. Ja, natürlich, dann hate ich ihn jetzt doch mal schnell auf Facebook, dann geht es mir doch besser. Da kann ich ja meinen Frust wegschieben. Aber das, genau diese Eigenschaft, macht Menschen zu Verlierern. Es ist leider so. Es ist leider so, wirklich. Weil wenn du selber nicht, Van Gerven ist doch das beste Beispiel. Blame yourself. Er ist der absolute Siegertyp. Und weil er nicht sagt, oh, das Board hing hier aber ein bisschen schief und ach, hier war ein bisschen windig. Weil er sagt, ich habe heute Scheiße gespielt, wenn er verloren hat. Und das ist das Einzige, was funktioniert. Und bitte, wenn jetzt hier irgendwelche Kommentare zustande gekommen sind, weil die Leute Sportwetten platziert haben, das ist ja in England ein Phänomen, wo die Dartspieler auf den Tod bedroht werden. Ich töte deine Familie, weil ich habe gerade fünf Pfund verloren, die ich auf dich gesetzt habe. Würde ich vielleicht mal eher darüber nachdenken, ob ich vielleicht doch keine Sportwetten platzieren sollte. Wenn man bedenkt, wie lang er jetzt schon dabei ist, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich denke nicht, dass er je zu den ganz Großen gehören wird. Das wissen wir nicht. Kann aber auch gut sein, dass du da recht hast. In Deutschland vielleicht, aber im Alley Pally kommt er nicht über den 0815-Data hinaus. Im Alley Pally gibt es vor allem von Qualifiern, die aus Europa kommen, weil sie einen krassen Weg dafür gehen müssen, gibt es keine 0815-Data. Vielleicht, um erstmal das zusammenzufassen. Liegt vielleicht daran, dass er nicht wie die anderen Profis jeden Tag, wer weiß, wie viele Stunden an Bord stehen und trainieren kann. Also doch, und genau das macht er auch. Er trainiert jeden Tag mehrere Stunden und sein Leben damit finanzieren kann. Und auch das kann er. Mann ey. Aber dennoch, fürs ganz Große reicht es einfach nicht. Da bringt auch das ganze Gehype hier in Deutschland nicht. Einfach akzeptieren, dass wir keine Taylors, Van Gerbens, Writes, auch interessante Schreibweise oder Andersons haben. Wow. Das ist ja eine richtige Gewinnereinstellung. Mann, Mann, Mann. Ey, mit dieser Einstellung, da wirst du es richtig weit bringen im Leben. Mit dieser, ey, das ist ja eine Baba-mäßige Einstellung. Stimmt, wir haben einfach keine guten, dann lass doch mal sein. Wenn ich einen schlechten Trainingstag habe mit einem 50er Average, dann lass ich es doch einfach, oder? Wenn ich mal YouTube-Videos zwei Jahre hochgeladen habe, wo es nicht mehr so gut lief, wisst ihr was? Ich lasse es einfach. Ey, was ist das für eine Einstellung? Also sorry, das ist jetzt mal eine ganz persönliche Sache. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner, Holland hat viel weniger, aber viel mehr Topspieler. Wenn ihr das mal zusammenrechnet, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Holländer im Sport mehr talentiert ist als der Deutsche. Ich würde sagen, das ist sehr gleich. Ich würde nur sagen, dass einfach die Arbeit noch nicht geleistet wurde. Und wenn wir solche Kommentare hier lesen, dann kann ich auch verstehen, warum Leute sich gar nicht trauen, gut werden zu wollen. Ich würde mich auch nicht trauen, wenn ich aus der Jugend komme. Und dann werden die Leute erst gehypt. Genau, das ist nämlich andersrum. Die Leute werden erst gehypt und dann werden sie massiv runtergemacht. Und das ist nämlich der Fehler. Und ein Max Hopp wird meiner Meinung nach nicht gehypt und das auch schon seit Jahren nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo du natürlich recht hast, wir wissen nicht, ob er ein ganz großer wird. Aktuell sieht es nicht danach aus, als ob er ein ganz großer wird. Und das kann nur er ändern. Da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber es geht um die Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Er hat nicht gut gespielt, meiner Meinung nach. Okay, ich kann es bestätigen. Er hat mitgespielt, er hat ein Set gut gespielt, es war halt wenig Druck da. Er hat dem Gegner zu wenig weh getan. Das ist eine Sache, die beim Dart dazugehört. Es ist leider nicht so, wenn der Gegner eine 140 wirft und ich auch eine 140, aber der Gegner hat angefangen, dann habe ich auch eine 140er Average stehen, aber werde keine Chance bekommen in diesem Leck, weil der Gegner angefangen hat. So, beispielsweise. Das heißt, da muss man eine 180 raus. Oder der Gegner wirft man eine 60, da muss man eine 180 raus. Aber das ist ja die Kunst. Und das kannst du halt nicht mal trainieren. Das kannst du nicht trainieren, vor allem nicht in Deutschland, wo absolut keine Trainerstrukturen da sind. Das ewige Talent, wo er weltmeisterlich drin ist, ist im Gutreden. Kurz ist viel besser als Hub. Also, dieses Kurz ist besser als wird auch noch genau so lange funktionieren, bis alle auf Kurz ihr Geld setzen und dann wird Kurz mal ein Spiel verlieren. Und was ist dann? Dann ist Kurz scheiße, oder? In zehn Jahren wird Kurz so kritisiert, weil das ist immer das gleiche System. Newcomer wird gehypt, dann fängt er irgendwann an zu stagnieren und dann wird Newcomer wieder gehatet. Das geht natürlich bei Max nicht, weil er mit 24 bei seiner 8. BM dabei ist und deswegen schon ein alter Hasen, das ist ein junger Alter. Leute, Peter Wright ist mit 50 Jahren Weltmeister geworden zum ersten Mal, okay? Um das mal, also Max hat 26 Jahre Zeit aus dieser Phase zu lernen. So. Und ich hab, ich wüsste jetzt nicht, wo Max weltmeisterlich gut ist im Reden. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die einfach immer wieder unterstellt wird. Hab ich selber jetzt noch nichts mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin sehr, sehr tief drin in der Materie und auch sehr, sehr im journalistischen Part. Ich höre mir jeden Podcast zum Thema Dart an, ich lese jeden Artikel zum Thema Dart und das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Das ist einfach eine Sache, die der Kommentarschreiber hier irgendwann mal aufgeschnappt hat und jetzt in die große, weite Welt posaunt. Er soll mit Stricken anfangen, das kann er vielleicht besser. Und das ist ein typischer Kommentar von jemandem, der nur die WM schaut, der nichts davon weiß, dass Max zum Beispiel auf der European Tour mal ein Spiel mit zwei Elf-Dartern angefangen hat und so. Der weiß gar nicht, was ein Elf-Darter bedeutet. Der kennt nur Neuner. Ich will ihn dafür ja nicht blamen, aber das ist ein Kommentar. Die Dart-Szene wird ja extra von den Verbänden so gemacht, als wäre sie nahbar. Und deswegen musst du bei so einem Kommentar aufpassen, weil das würdest du ja auch nicht deinem besten Kumpel schreiben, oder? Würdest du das machen? Weil wenn ja, hast du wahrscheinlich relativ wenig Freunde. Ich würde damit aufpassen, wie ich sowas formuliere hier, weil, also wenn du damit sagen willst, dass Max kein guter Dart-Spieler ist, gut, dann hast du halt einfach keine Ahnung. Aber es ist ja auch, wie gesagt, nicht deine Schuld, dass du keine Ahnung vom Dart hast. Aber es geht mir ziemlich hart auf den Sack, dass sowas dann einfach in die Öffentlichkeit rausgeschrien wird, ohne darüber nachzudenken, was eigentlich mit Menschen passiert, die das lesen. Weil durch diese Art von Kommentaren wird Max immer schlechter, logischerweise. Er sollte das gar nicht lesen. Ich kann euch eins sagen, Leute, nach acht Jahren Social-Media-Erfahrung, dieses Er-Sollte-Das-Gar-Nicht-Lesen funktioniert in den seltensten Fällen. Der soll sich mal lieber nur aufs Daten konzentrieren und nicht noch die ganzen Interviews und Werbekampagnen machen. Wie MBG schon sagte, hat er viel Unnötiges im Kopf, anstatt sich aufs Daten zu konzentrieren. Also, welche Interviews? Also, Max ist eher dafür bekannt, dass er sich vor WMs eher zurückzieht. Und Werbekampagnen sehe ich eigentlich, also, wen sieht man denn eher im Fernsehen? Van Gerwen oder Hopp? Also, ich sehe immer Van Gerwen mit Truck-Searcher oder wie die komische Plattform da heißt. Dieses Max soll sich mal aufs Daten konzentrieren, ist ja klar. Jeder Dartspieler soll sich aufs Daten konzentrieren. Aber ich weiß gar nicht, wo diese Person jetzt hier diese expliziten Daten und Infos her hat. Oder ist es wieder einfach nur irgendjemandem nachgelabert? Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ich habe mit Max vor acht Monaten mal viel über das Thema Darts und Training und so gesprochen. Und was der junge Mann darüber weiß, das würde wahrscheinlich den Kopf dieses Kommentarschreibers hier sprengen. Und es geht genau um diese Richtung. Eine ganze Nation legt ihren Druck auf die Schultern eines 24-Jährigen. Wie alt ist denn Martin Schindler? Oh, der ist vier Tage älter als Max. Das heißt also, wenn wir mal zwei Jahre zurückgehen und beim World Cup of Darts die Deutschen ausscheiden, dann werden dort zwei oder wurden dort zwei 22-jährige Menschen 22-jährige Menschen von einer ganzen Nation so unter Druck gesetzt. Boah, das klingt ja, das klingt gut. Zwei 22-jährige Menschen, die nicht mal Trainer haben, die ganz normal in ihrem Bett schlafen, mit dem Zug zum Turnier fahren, absolut keine Star-Allen haben, werden dann von einem ganzen Land unter Druck gesetzt. Wow, das muss ja funktionieren, oder? Muss das funktionieren? Ihr merkt selber, oder? Es war, dass ich in diesem Video so ein bisschen so bin, aber ich muss mit dem Frust, was das angeht, aus der Seele hier reden. Was ich damit sagen will, ist, wir sollten alle lieber mal froh sein, dass überhaupt Menschen, was für den deutschen Dartsport tun. Und in Deutschland gibt es eine Person, die hat am allermeisten für den deutschen Dartsport getan. Und das ist nicht Gabriel Clemens, das ist nicht Nico Kurz, das ist nicht Martin Schindler, sondern wer ist es? Es ist Max Haupt. Er hat am meisten für den deutschen Dartsport getan in den letzten Jahren. Und das ist Fakt. Und er ist der deutsche Name gewesen. Und wisst ihr was? Ich freue mich richtig für ihn, dass er jetzt mal von so einem Clemens überholt wird. Weil wir gucken, wir doch mal, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, ich mag Gabriel Clemens extrem gern, ich stehe auch mit ihm in Kontakt, aber gucken wir doch mal, wie die Kommentare aussehen, wenn Gabriel Clemens mal drei, vier Spiele verliert. Dieses Mal wird es natürlich nicht so sein, weil es ist egal, wer verliert, Nico oder Gabriel, es ist egal, die Leute werden es feiern. Und deswegen bin ich so froh, ich bin wirklich froh, dass es dieses deutsch-deutsche Duell geben wird. So, jetzt habe ich mir hier mal den Druck von der Seele geredet. Ich weiß, dieses Video wird ein bisschen polarisieren in der Dartszene, weil die Leute einfach noch enttäuscht sind, aber ich will euch einfach nur mal zeigen, es ist nicht immer so einfach. Es ist nicht so einfach, sich für die WM zu qualifizieren und es ist nicht so einfach, jahrelang in der Weltspitze mitzuspielen und das tut Max Hopp. Und das vergessen viele Leute, halt die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch was, Leute, wir sehen uns im nächsten WM-Talk wieder. Haut rein, bis dahin und ciao.